Damit fliegen wir in den Westen. Aber was sollen die Soldaten auf uns schießen? Wir müssen höher. Durch die Wolken. Die Stasis hinter uns her. Die geben keine Ruhe, bis die uns geschnappt haben. Ein Heißluftballon. Damit können wir rüber machen. Fangen wir einen Fehler zu machen. Wir wollten doch immer, dass die Jungs in Freiheit aufwachsen. Wir haben eine Sichtung. Dann losgehen! Feuer! Feuer! Feuer!